Kapitel 9 Drei Tage vergingen und Hermine hatte kein einziges Wort mit Malfoy geschrieben. Weder er noch sie hatten sich beim jeweils anderen gemeldet, obwohl sie jeden Abend daran dachte, es zu tun. Harry hatte sich bestätigt gefühlt und versuchte Hermine zu trösten. Irgendwann hielt sie es nicht mehr aus und rief Malfoy gegen 23 Uhr an. Während es klingelte, verspürte sie starke Nervosität. Allerdings war es Samstag. Da hatte er mit Sicherheit keine Termine, oder? Beim dritten Klingeln hörte sie dann endlich seine Stimme. Hallo? Malfoy? Hermine horchte aufgeregt, als ein überraschtes Hey kam. Im Hintergrund waren Geräusche, als sei er unterwegs. Irgendwie wie ein Pub. Bestimmt waren dort heiße Stripperinnen. Sie nahm tief Luft. Mist, Gerl. Wie geht's dir? Ich wollte mal fragen, ob alles in Ordnung bei dir ist. Ich habe mir Sorgen gemacht. Alles in Ordnung. Einen Moment. Hermine wartete. Er schien woanders hinzulaufen, denn es wurde ruhiger. Verzeihung, ich bin gerade unterwegs. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Flüsterte Hermine und spielte beim Telefonieren an dem Saum ihrer Decke. Schließlich fügte sie einen Satz hinzu. Ähm, du hast dich die letzten Tage nicht gemeldet. Habe ich dich irgendwie gekränkt? Still am Telefon. Nein. Wie kommst du darauf? Fragte er überrascht. Hermine hätte weinen können, weil sie sich über sich selbst ärgerte. Sie hörte an seiner Stimme, wie gleichgültig er sprach. Er würde niemals mit der Sprache herausrücken. Er war freundlich. Doch wenn sie auflegen würde, dann würden sie wieder kein Wort miteinander wechseln. Ich kann nicht glauben, dass ich das jetzt sage. Aber du fehlst, Malfoy. Es ist furchtbar langweilig ohne dich, sagte sie und verfluchte sich selbst. Warum bei Merlin konnte sie ihre vorlaute Zunge nicht stoppen? Sie hörte sein freundliches, spitzbübisches Lachen am Telefon. Sind ja nur noch einige Tage. Dann machen wir wieder unsere Fahrt am Horizont. Einverstanden? Hermine lächelte in den Hörer. Einverstanden. Und lass dich nicht von Fremden ansprechen. Mach ich. Ich bin schon ein großer Junge, beteuerte er rau. Bis dann, Granger. Bis dann, Malfoy. Er legte auf und ließ Hermine mit einem etwas besseren Gefühl zurück. Die vier Tage vergingen und Hermine hatte es nicht eingesehen, sich bei Malfoy nochmal zu melden. Immerhin war sie die Letzte, die sich gemeldet hatte und ihr Stolz ließ es kein zweites Mal zu. Es war nun Mittwochabend und sie saß betrübt vor dem Fernseher, als plötzlich ihr Handy klingelte. Das meilenweit entfernt lag seit Malfoy und sie sich nicht mehr schrieben. Genervt stand Hermine auf und erntete einen Fauchen von Krummbein, der von seiner gemütlichen Position aufstehen musste. Hermine sah die Nummer von Malfoy und sofort fühlte sie sein aufgeregtes Zittern. Sie überlegte einen Moment und ging schließlich betont neutral ran. Hallo. Hey, Bücherwurm. Hast du in einer Stunde Zeit? Hermine nahm Tiefluft. Warum? Ich wollte dich abholen, bin zurück in London. Hermine überlegte einen Moment, was Harry ihr jetzt zu raten würde. Harry hätte gesagt, ja, geh! Ja, und so entschloss sie sich, Malfoy abzusagen. Denn es war immer gut, das Gegenteil von dem zu tun, was der Goldjunge ihr riet. Eigentlich muss ich gleich noch etwas erledigen, tut mir leid. Seine Stimme klang verwundert. Okay, schade. Dann muss ich den Moskauer Blütenwisky alleine trinken und dann betrunken nach Hause fliegen, weil du mir so fehlst. Hermine lächelte. Er sagte, sie hätte ihm gefehlt. Den einen Tag ohne mich wirst du verkraften, spottete sie und wollte noch einen fürs Ego draufsetzen. Mir fällt gerade ein, dass ich morgen leider auch nicht kann. Ich will dich aber heute sehen, Granger. Bin bereits auf dem Weg zu dir und rate dir, einen Malfoy nicht warten zu lassen. Hermine lachte leise. Ich hasse dich, Malfoy. Er lachte kurz und legte auf. Hermine hasste sich und ihren Körper dafür, dass sie so auf ihn reagierte. Doch andererseits hatte er einen Schritt auf sie zugemacht und vielleicht würde sie mehr darüber erfahren, was los war, statt zu Hause zu hocken und beleidigt zu sein. Außerdem Merlin. Sie hatte ihn auch vermisst. In Blitzgeschwindigkeit zog sie sich um, machte sich zurecht und wartete schließlich darauf, dass er vor ihrer Tür mit seinem Auto parkte. Und tatsächlich war er pünktlich. Wie immer. Ich bin vor deiner Haustür. Komme. Die Brünette drückte Krummbein, der sie sofort anfauchte und aus ihren Händen sprang. Hermine lächelte jedoch. Wünsch mir Glück. Na, sagte er und bei Merlin, er sah einfach himmlisch aus. Na, erwiderte Hermine lächelnd, während sie sich anschneite. Du siehst gut aus, sagte er und Hermine rollte mit den Augen. Seinen Komplimenten würde sie nicht mehr trauen. Lass das Geschwaffe und reich mir lieber den Whisky, Malfoy. Ich brauche ihn gerade. Er grinste sie an, während er sie musterte. Willst du mich nicht anständig Hallo sagen? Hermine streckte süffisant grinsend ihre Hand aus. Hallo. Malfoy schöne Augen wanderten zu ihrer Hand, die er ergriff. Dann zog Hermine zu sich heran und hielt ihr seine Wange hin. Was? Fragte Hermine perplex, während er mit seiner Hand auf die Wange tippte. Sagen die Franzosen nicht so Hallo? Für eine Französin bist du ziemlich unverschämt. Hermine lächelte. Versuchte er zu flirten? Sie drückte ihm schnell einen Kuss auf die Wange. Bitte sehr. Der Blonde hatte jedoch nicht genug und wandte sein Gesicht auf die andere Seite, um mir diese auch hinzuhalten. Der Duft seines Aftershaves stieg ihr in die Nase, sodass sie sich ihm am liebsten an den Hals geschmissen hätte. Du hast die Seite vergessen. Hermine legte ihre Hand spontan unter sein Kinn, um ihn festzuhalten, während sie ihm einen kleinen Kuss auf die Wange drückte. Geht doch, sagte er zufrieden und schmunzelte. Hermine wischte ihren leichten Gloss mit den Fingern von seiner stoppigen, weichen Wange ab. Eigentlich bin ich sauer auf dich, meckerte sie, als der Lippenstift von seiner weichen Haut entfernt wurde. Die Schmetterlinge. Warum? fragte er und flog mit einem kurzen Blick in den Rückspiegel für den Unsichtbarkeitsvorantrieb los. Du hast dich die ganze Zeit über kaum gemeldet. Er warf ihr einen lässigen Seitenblick zu, während sie in die Luft hoben. Höre ich eifersucht heraus, Miss Granger? erwiderte er rau und warf ihr einen langen Blick zu. Er wollte flirten. Hilfe! Nein, Malfoy, bitte. Ich habe mich einfach gefragt, was du für ein Problem hast. Außerdem hat mich niemand außer dir genervt. Entweder Termine schnippisch. Super. Sie hatte den Moment zerstört. Er schwieg für einen Moment lächelnd. Hermine nahm sich vor, sich nicht so kindisch zu benehmen. Gerade spürte sie, dass es etwas zu viel wurde. Und? Wie war es in Moskau? Gut. Abgesehen von den langweiligen, ellenlangen Terminen. Wir haben am letzten Abend ein Trinkspiel gemacht. Habe mich fast gefühlt wie auf Hogwarts. Hermine revidierte ihre Gedanken von eben und rollte mit den Augen. Bei Merlin ist das kindisch. Ist ja auch nichts für kleine Mädchen wie dich. Draco zwinkerte ihr zu, während er sich mit einer Hand Kaugummi griff und mit der anderen Hand am Lenker flog. Wie bitte? Warum das? Weil ich das lächerlich finde? Wo liegt der Reiz daran? Der Reiz ist einfach Spaß zu haben. Wir sind eine Runde von Leuten und stellen dem Auserwählten eine pikante Frage. Entweder man beantwortet die Frage ehrlich oder man trinkt, wenn man es nicht möchte. Hermine hob die Brauen. Und die Antwort ist dann nicht offensichtlich, wenn man trinkt, weil man sie nicht beantworten will? Eben nicht. Das weckt die Neugierde. Und das macht dir Spaß? In London würde ich das natürlich nicht machen. Wäre mir etwas zu riskant. Aber in einem anderen Land kennst du die Leute nicht und sie kennen dich nicht. Dafür muss man eine ordentliche Portion Mut haben. Bei den Hostessen, die dazu gestoßen sind und mitgetrunken haben, sind einige peinliche Wahrheiten herausgekommen. Doch wir waren Fremde. Also war das egal. Hermine spürte, wie ihr Magen sich verkrampfte. Es waren bestimmt Frauen dabei. Sie schwieg für einen Moment lieber, denn sie würde den Teufel tun und weiter nachhaken. Er sollte bloß nicht denken, dass sie eifersüchtig sei. Doch es wurmte sie extrem, dass er sie anscheinend viel langweilig hielt. Denn das war sie wahrscheinlich für ihn. Eine Langweilerin und eine Streberin. Deswegen hatte er lieber Gesellschaft mit anderen Frauen, statt mit ihr zu schreiben. Warum so still? Fragte er plötzlich und Hermine schüttelte den Kopf. Sie fühlte sich in dem Moment so furchtbar traurig und niedergeschlagen. Dabei wünschte sie sich, wenigstens einmal wie Ginny zu sein. Was würde sie jetzt in der Situation machen? Eine Hermine würde sich davon nicht beeinflussen lassen. Eine Hermine wäre nicht mutig genug, würde so etwas albern finden. Aber eine Ginny? Spontan wandte Hermine sich zu ihm um. Halt an, Malfoy! Bitte? Fragte er überraschend, Hermine nickte überzeugt. Halte bitte an! Der Blonde zog die Augenbrauen zusammen und flog senkrecht, um an einem verlassenen Ort zu halten. Was ist los? Lass uns das spielen! Ist das dein Ernst? Ja! Nein, Granger! Erstens will ich nicht, dass du dich betrinkst. Zweitens wirst du eh nur trinken und deswegen auch verlieren. Draco wollte gerade wieder losfliegen, als Hermine sich kampflustig zu ihm vorbeugte. Angst, Malfoy! Er blickte ihr erstaunt in ihre braunen Augen und schien zu überlegen. Als er bemerkte, wie ernst es Hermine war, grinste er siegessicher. Träum weiter! Sie saßen nun in Malfoy's Wagen, unangeschnallt mit offenem Fenster und Musik, das Auto geparkt auf einem riesigen, kilometerweiten, leeren Muggelflughafen, dessen Aufbau stillgelegt wurde, und zwei Whiskyflaschen. Wer fängt an? Fragte Hermine kampflustig. Er blickte sie ihr aus den Augenwinkeln an. Du! Und noch was, Granger! Er beugte sich vor zu ihr. Ich werde dich nicht verschonen. Hermine schnaubte mutig. Versuchte, ihre Unsicherheit zu überdecken. Ich dich erst recht nicht, Malfoy. Meine erste Frage. Hast du jemals was geklaut? Draco schnaubte kurz und spuckte sein Kaugummi aus dem Fenster. Ha! Das nennst du eine Frage? Ja, hab ich. In der zweiten Klasse eine Schachtel, die im Slivery-Gemeinschaftsraum rumlag. Und vor kurzem Vielsaft trank aus dem Inventar meines Vaters. Wofür Vielsaft trank? Fragte Hermine skeptisch. Er zuckte grinsend und ertappt mit dem Mundwinkel. Kann man bestimmt mal gebrauchen. Mist! Du hast echt nichts zu verlieren, fluchte Hermine und biss sich auf die Unterlippe. Ich bin dran, grinste er und beugte sich zu ihr vor. Hermine fühlte sich sofort unbehaglich. Das konnte peinlich werden.